Hallo liebe Facebooker, willkommen zum ECHO Live Talk zur Bürgermeisterwahl in Modautal. Wer es noch nicht weiß, am Sonntag, dem 27. Januar, also jetzt am Sonntag, wird der neue Bürgermeister in Modautal gewählt, der auch gleichzeitig der alte ist, denn es gibt nur einen Kandidaten, den Jörg Lautenschläger, den ich heute herzlich bei uns begrüße. Vielen Dank, dass ich die Zeit genommen habe, Herr Lautenschläger. Dass es nur einen Kandidaten gibt, bedeutet aber nicht, dass es keine Fragen gibt. Und deswegen haben wir jede Menge Fragen heute für den Herrn Lautenschläger, die er dann auch nach bestem Wissen und Gewissen beantworten wird. Davon gehe ich aus. Ihr hattet im Vorfeld ja auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Möglichkeit hat leider keiner genutzt, aber das ist nicht schlimm. Ihr könnt sie jetzt noch nutzen, die Möglichkeit. Also wer uns sieht, ihr könnt live über den Facebook, über die Kommentarfunktion Fragen stellen. Die bekommen wir dann hier reingereicht und werden sie dann dem Herrn Lautenschläger, so sie denn Fragen sind, die er beantworten kann, dann auch stellen. So, ganz kurz zum Ablauf noch. Wir werden jetzt ganz kurz mit dem Herrn Lautenschläger reden. Und ja, danach werden wir ein kurzer Summary führen. Wir halten uns also gar nicht lange auf mit Vorreden, sondern legen eigentlich gleich los. So, dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Herr Lautenschläger, also ich muss uns erst noch vorstellen, das hätte ich ja beinahe noch vergessen. Entschuldigen, da sitzt ja noch einer in der Runde. Das ist der Matthias Vogt, der ist Redakteur in der Landkreisredaktion Darmstadt-Debung und für Modautal zuständig. Den Herrn Lautenschläger habe ich noch vorgestellt. Und mein Name ist Thomas Bach, ich bin der Redaktionsleiter in der Redaktion. Und wir zwei quetschen jetzt den Herrn Lautenschläger aus. Damit fangen wir an. Herr Lautenschläger, Sie sind der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Modautal. Liegt das daran, dass Sie so gut sind? Oder weil es einfach eine Aufgabe ist, die hochverschuldete Gemeinde zu lenken? Eine schwere Aufgabe, Entschuldigung. Es ist bestimmt keine leichte Aufgabe, aber es ist auch eine sehr schöne Aufgabe. Ich mache diesen Beruf mit viel Leidenschaft. Und was andere dazu bewegt, nicht anzutreten oder eventuell anzutreten, das kann ich schwer beurteilen. Ich habe einfach versucht, in den letzten Jahren mit allen gut in Modautal zusammenzuarbeiten, mit allen Parteien. Und meine Arbeit für Modautal gut zu machen. Was Ihnen ja anscheinend gelungen ist. Wir wechseln uns ab mit Fragen. Ich erkläre es ganz kurz. Wir machen einen kleinen Staffellauf. Wir sind nicht so mit Geld beschlagen, dass wir so viel Geld hätten für jeder Mikro. Deswegen geben wir das Mikro ein. Also wundert euch nicht. Wir geben es einfach mal einfach durch. Eins reicht ja auch. Also das alles bestimmte Thema in Modautal seit vielen Jahren ist der Schuldenberg, den die Gemeinde hat, der auf der Gemeinde lastet. Ich habe noch mal nachgeschaut. Im Jahr 2007 waren es 14,5 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren ist der Berg geschrumpft um 5,2 Millionen. Und Ende dieses Jahres, so sieht es der Haushaltsentwurf vor, sollen es knapp unter 9 Millionen Euro sein. Welche Zumutungen, Herr Lautenschläger, hat man den Modautalern in dieser Zeit abverlangen müssen? Ja, ich darf vielleicht eins noch kurz ergänzen. Ende des Jahres sollen es 8,2 Millionen sein. 8,9? Nein, 8,2 wollen wir Ende des Jahres erreicht haben. Jetzt sind wir ungefähr bei 9,3 Millionen. Aber das sind natürlich alles Zahlen, die für die Menschen sehr weit weg sind. Also das sind große Zahlen. Und da muss man im Vergleich einfach noch mal darauf hinweisen, dass die Menschen sich auch was darunter vorstellen können, dass wir trotz dieses großen Schuldenerbaus immer noch hier in Südhessen eine von den höchst verschuldeten Gemeinden sind. Ich habe heute noch mal reingeschaut, wir sind immer noch bei 83 Kommunen, bei den, oder die sechst verschuldetste Gemeinde hier in Südhessen. Das macht so ein bisschen die Dimension klar. Ja, wir können uns viele Dinge nicht leisten, die sich andere Städte und Gemeinden leisten. Aber wir schaffen es eben mit, ja auch viel Bürgerengagement, auch in Modautal, ja gute Angebote bereitzustellen. Aber wir müssen natürlich jeden Tag aufs Neue wieder gucken, dass wir vor allem auch unsere Personalkosten im Griff behalten. Weil das ist ein ganz großer Baustein in jedem Gemeindehaushalt. Wenn man die nicht im Griff hat, dann kann man eben, ja, kann man Haushalt nicht ausgleichen. Ja, Personalkosten sind das eine. Das Bürgerengagement hatten Sie ja angesprochen schon eben gerade. Aber wie lange, wie sieht denn der Finanzkurs aus für die nächsten Jahre? Wie lange soll denn oder muss denn noch eisern gespart werden? Die Personalkosten, wie gesagt, das eine Bürgerengagement ist auch nicht endlos ausdehnbar. Also wie lange muss die Gemeinde noch so eisern sparen, wie sie es gerade tut? Also trotz des Schuldenabbaus ist es heute immer noch so, dass wir große jährliche Belastungen haben. Und die werden wir noch viele Jahre haben. Also über die nächsten mindestens fünf, sechs Jahre werden wir noch ähnlich hohe Belastungen haben wie in den letzten zwölf. Das sind, wenn wir keine Sondertilgung machen, immer in der Größenordnung 850.000 Euro im Jahr. Und das ist immens. Also das heißt, den Weg müssen wir noch weiter gehen, bis wir dann auch wirklich mal eine Entlastung spüren. Ich habe ja jetzt mal so skizziert, dass wir es erreichen können bis 2025 ungefähr auf die durchschnittliche Verschuldung hier im Landkreis zu kommen. Das ist eine Größenordnung 700, 800 Euro, die heute die Kommunen im Landkreis durchschnittlich haben. Das heißt, wir müssen unseren Weg ja zielstrebig weitergehen, denn eine höhere Belastung ist nicht mehr, ist nicht tragbar für Modautal. Kurze Zwischenfrage, könnten Sie vielleicht den Zuschauern mal kurz erklären, wo kommen denn die Schulden überhaupt her bei der Gemeinde Modautal? Das ist ganz kurz mal zu skizzieren. Ja, die Modautaler wissen es natürlich. Wir sind eine Gemeinde mit sehr, sehr vielen Ortsteilen, mit elf Orten. Das ist den anderen Bürgern oftmals nicht klar, dass wir auch die meisten Ortsteile hier im Landkreis von allen Kommunen haben. Dann haben wir noch eine, ich sage immer, eine bewegte Topografie, Neunkirscher Höhe mit 600 Metern. Die niedrigsten Orte liegen ungefähr bei 200 Metern. Wir haben verschiedene Täler, die in verschiedene Entwässerungssysteme in die Modau, in die Gersprenz entwässern. Und das trägt natürlich dazu bei, dass die Infrastruktur bei uns sehr teuer ist. Es ist vor allem Wasser und Kanal. Es sind die Kläranlagen, es sind die Straßen. Und bis Modautal eben auch vollkanalisiert war im Jahr, wir haben es geschafft, so 2008, 2009 sind einfach viele, viele Schulden aufgelaufen. Und man hat sich damals entschieden, diese erstmalige Kanalisation nicht über Anliegerbeiträge zu finanzieren, sondern auch über Gebühren. Das heißt, die Gemeinde hat sich für die Bürger verschuldet und diese Schulden werden über viele Jahre durch die auch hohen Gebühren, die wir einfach haben, zurückgezahlt. Man sieht ja auch, wenn man im Parlament sitzt und die Debatten verfolgt, dass der Sparkurs von allen Parteien mitgetragen wird, dass da Konsens ist. Querbeet, SPD, Grüne und CDU, die tragen den Kurs ja auch. Nun wurden nicht nur Schulden abgebaut, sondern die Gemeinde hat es auch geschafft, Rücklagen zu bilden. Und zwar in Höhe von 4 Millionen Euro aktuell. Aktuell, Sparen ist gut, aber wieso wird dieses Geld nicht anderweitig eingesetzt? Warum ist es dann auf dem Konto und kann nicht woanders genutzt werden? Ja, wir müssen uns für unsere Investitionen, die wir vorhaben, müssen wir uns Geld zurücklegen, müssen wir das ansparen, wie das auch viele privat machen. Und das haben wir gemacht und haben so zum Glück einen Finanzmittelbestand von 4 Millionen angespart und der ist einfach da, damit wir investieren können. Also es ist nicht nur so, dass wir gespart haben, sondern im gleichen Zeitraum, in dem wir 5,2 Millionen Euro Schulden abgebaut haben, haben wir auch 13,2 Millionen Euro in unsere Infrastruktur investiert. Und bei uns stehen große Bauprojekte in diesem Jahr, in den nächsten Jahren an. Und wenn man sich nicht neu verschulden will, muss man es vorher angespart haben. Ja, Sie hatten es ja vorhin schon ganz kurz angesprochen. Sie investieren viel in Wasser, also Kanal und das Trinkwasser. Und jetzt würde ich Sie vielleicht mal bitten, den Leuten zu erklären, weil die Wassergebühren sind auch relativ hoch in Modautal. Aber wo kommen denn die ganzen Kosten her? Da sind vielleicht mal ein paar Dimensionen, wer es nicht weiß. Modautal ist eine Flächenkommune mit, jetzt müsste ich aber lügen, Elfortsteilen. Und vielleicht skizzieren Sie mal ein paar Größenordnungen, warum das denn so teuer ist in Modautal. Ja, ich habe ja schon ein paar Dinge angesprochen. Eben auch die Topografie gehört auch nochmal dazu. Ein ganz einfaches Beispiel ist ein Investitionsprojekt, das wir jetzt im Jahr 2019 vorhaben. Wir wollen wieder zwei Modautaler Ortsteile in der Wasserversorgung miteinander verbinden. Das ist Lützelbach und das ist Neunkirchen. In Neunkirchen leben 160 Einwohner, höchster Ort im Landkreis. Zwischen den beiden Orten liegen nochmal 120 Höhenmeter. Das heißt, es wird schon schwieriger von den Druckverhältnissen. Wir wollen dort eine Leitung bauen, die ist nicht einfach wie im Ried einzuflügen mit dem Pflug, sondern bei uns treffen wir dort auch Fels an. Dann bauen wir für eine Größenordnung vielleicht von 300.000 Euro eine Leitung, um eben da auch ein paar Kubikmeter Wasser hochzupumpen und die Versorgungssicherheit in so einem Ortsteil auf Dauer zu gewährleisten und sicherzustellen. Und das wiederholt sich natürlich bei Kanal und Straßen. Wir sind eine der wenigen Gemeinden, die auch über eigene überörtliche Straßen verfügt, damit die Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen zum Beispiel auch zum Sitz der Gemeindeverwaltung in Brandau kommen. Wenn die Bürger aus Webern oder aus Kleinbiberau oder aus Neutsch nur die klassifizierten Straßen, so bezeichnet man Kreis- und Landesstraßen, nutzen würden, dann müssten sie erst das Gemeindegebiet verlassen, um wieder in die Gemeinde hineinzukommen. Und da versuchen wir natürlich auch hier für die Bürgerinnen und Bürger, ja auch Abkürzungsstrecken zur Verfügung zu stellen. Ja, ganz bestimmt in Modautal ist es eben, es ist alles anders, aber nicht schlecht, auf keinen Fall. Elf Ortsteile, aber mit zum Teil sehr wenigen Einwohnern und trotzdem wird die Infrastruktur aufrechterhalten. Zum Beispiel, ich habe nochmal genau nachgeschaut, zehn Friedhöfe mit den Trauerhallen. Dann haben wir die acht Feuerwehrstandorte und noch einige Dorfgemeinschaftshäuser. Wie ist es denn möglich, diese Infrastruktur auch weiterhin aufrecht zu erhalten oder muss man sich über kurz oder lang von der einen oder anderen Immobilie verabschieden? Man muss immer genau prüfen, ob man zur Erfüllung seiner Aufgaben wirklich auch ein Gebäude braucht oder nicht oder auch ein Grundstück braucht oder nicht. Aber unser Ziel ist es eben schon in allen Ortsteilen, ja unsere Gemeinschaftseinrichtungen, die Dorfgemeinschaftshäuser, die Festhalen, die alten Schulen, was es da alles gibt, zu erhalten, weil die einfach für die Struktur im Ort, für die Sozialstruktur, für die Dorfstruktur unwahrscheinlich wichtig sind. Bei den Friedhöfen ist es ähnlich, da geht es um kurze Wege und eine Schließung von einem Friedhof bringt auch nicht wirklich eine Ersparnis. Wir haben da Ruhefristen von 30 Jahren, also frühestens in 30 Jahren müsste der Friedhof dann nicht mehr gepflegt werden. Ich glaube, das macht keinen Sinn und die Menschen haben an der Stelle auch dann kurze Wege. Aber man muss es halt sagen, dass das dann eben auch zu unserer Gebührenstruktur beiträgt. Die Trauerhallen zum Beispiel. Die Trauerhallen, ja. Aber bei den Feuerwehren ist natürlich auch ein gutes Beispiel. Da wissen Sie ja, dass wir uns Gedanken machen und zusammenlegen. Da werden wir nachher noch in Ruhe drauf. Der Feuerwehrstützpunkt, und da macht das auch Sinn. Ja, genau. Sie hatten es vorhin schon erwähnt, Stichwort bürgerschaftliches Engagement. Was leisten denn die Bürger alles im Modatal für die Gemeinde? Wenn Sie das vielleicht mal kurz erzählen könnten. Das ist nämlich bestimmt auch anders als anderswo. Wir haben die Bürgerhäuser angesprochen. Wir haben in der Regel bei den Bürgerhäusern keine hauptamtlichen Hausmeister, wie das sonst üblich ist. Es wird vor Ort, manchmal haben wir einen Minijobber bei den größeren Bürgerhäusern, aber es wird vor Ort auch viel durch die Vereine in die Bürgerhäuser und Arbeit investiert. Wir haben in den letzten Jahren das Bürgerhaus in Brandau saniert. Dort haben die Vereine mit angepackt Wände rausgerissen, an dem Gebäude gearbeitet. Wir haben das kleine Dorfgemeinschaftshaus für Neutsch neu gebaut und haben von Anfang an gesagt, dort wird es keine Hausmeisterstelle geben. Das muss vor Ort organisiert werden. Das ist euer Gebäude, es muss organisiert werden. Wer danach schaut, wie es vermietet wird, das sind so Beispiele. Und dann natürlich auch die Dinge, ja, Feuerwehr im Feuerwehrbereich. Da haben wir ja sehr, sehr viele Einsatzkräfte und die Feuerwehrleute sind auf allen Feldern in der Gemeinde aktiv. Also natürlich bei den Einsätzen, aber eben auch im Vereinsleben. Wir hatten auch schon angesprochen, hohe Fixkosten gibt es bei der Gemeinde. Es wird die Infrastruktur aufrechterhalten. Es wird dazu noch eisern gespart. Welchen Gestaltungsraum haben Sie eigentlich noch als Bürgermeister? Zum Beispiel Ihr vormaliger Amtskollege Speckhardt in Fischbrachtal hat ja auch nicht mehr kandidiert, weil er gesagt hat, ich habe keinen Gestaltungsraum, ich mache das nicht mehr weiter. Was können Sie denn in Modautal da noch bewegen? Die Spielräume sind eng und es setzt immer mal voraus, dass man eben die Verwaltung gut organisiert. Dann hat man etwas größere Spielräume. Aber ich denke, uns ist es gelungen, auch in den letzten Jahren, ja, unsere Spielräume auszunutzen. Ich habe eben ja einen Neubau von einem Dorfgemeinschaftshaus angesprochen. Ich glaube, das ist nicht so typisch, dass eine Gemeinde das in diesen Zeiten gestemmt hat. Ganz am Anfang von meiner Amtszeit wurde das Feuerwehrhaus in Lützelbach fertiggestellt. Also war auch ein Neubau von einem Feuerwehrgerätehaus mit ganz, ganz viel Eigenleistung. Aber wir haben auch, wir haben Straßen saniert, wir haben unsere Kinderbetreuung ausgebaut. Wir haben jetzt für die Kinderbetreuung die Anmeldung rausgeschickt. Wir haben keine Warteliste, sondern es passt mit allen Anmeldungen. Ich denke, man hat schon Möglichkeiten, eben auch bei knappen Kassen zu gestalten, indem man eben genau schaut, was man auch mit den Mitteln macht. Trotzdem gibt es ja Kritiker, die Ihnen vorwerfen, Sie sind weniger Gestalter als nur Verwalter. Was sagen Sie denn diesen Leuten? Als erstes muss man mal ordentlich verwalten, damit man eben auch was gestalten kann. Und das machen wir. Dafür gibt es natürlich viele Beispiele. Ich habe viele Ideen für die Zukunft. Ich weiß, dass wir viele Aufgaben haben. Aber das sage ich auch ganz deutlich. Ich bin nicht derjenige, der die Vision für 2050 an die Wand malt, sondern ich glaube, man muss einen Plan haben für die nächsten Jahre. Und wenn es eine langfristige Entwicklung gibt, die mir wichtig ist, dann ist es das, dass wir nur das ausgeben, was uns heute zur Verfügung steht und nicht unsere Kinder und die nächsten Generationen weiter belasten. Die brauchen nämlich auch noch Gestaltungsräume für ihre Ideen. Und wenn mir jemand sagt, dass dann ja alles für die Zukunft erledigt ist, da glaube ich nicht dran, sondern die werden ihre eigenen Herausforderungen haben, ganz neue, an die wir vielleicht heute noch gar nicht denken. Vielleicht auch durch Klimawandel neue Herausforderungen, aber eben auch ganz andere, die wir uns vielleicht noch nicht vorstellen können. Dann schauen wir nicht auf die Vision 2050, sondern wagen nur einen Blick in die nähere Zukunft. Was glauben Sie, wo Sie ja wohl auch der neue Bürgermeister dann sein werden, bei nur einem Kandidaten, was wird die größte Herausforderung für Modautal in den kommenden sechs Jahren? Also als erstes lassen wir mal die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag wählen. Es gibt eine Ja-Stimme oder eine Nein-Stimme, also es gibt auch an der Stelle eine Wahl. Und ob ich in den nächsten sechs Jahren der Bürgermeister bin, das möchte ich ganz gerne dann eben auch abwarten, wie die Wahl am Sonntag ausgeht. Gut, dann gesetzt den Fall, den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass wir auch künftig Bürgermeister sein werden. Was würde die größte Herausforderung wohl sein in den nächsten sechs Jahren? Also wir hatten eben schon mal ganz kurz angeschnitten das Thema auch Feuerwehr. Das ist natürlich ein Bauprojekt, Feuerwehr Modautal Nord. Das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen, weil es ein Investitionsvolumen hat, das für Modautal nicht alltäglich ist. Das wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren ein ganz großes Thema sein. Daneben haben wir mehrere große Projekte laufen im Bereich Straßenbau, mit auch einem sehr hohen Investitionsvolumen. Und dann glaube ich, es wird auch wie in den vergangenen Jahren so sein, dass wir viele Neuerungen noch bei der Kinderbetreuung erleben. Das war eine Hauptaufgabe der Städte und Gemeinden in den letzten zehn, zwölf Jahren, die Kinderbetreuung anzupassen, einjährige Betreuung aufzubauen, Öffnungszeiten zu verlängern. Aber ich glaube, diese Entwicklung ist nicht abgeschlossen, sondern die wird weitergehen, weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einfach ganz, ganz wichtig ist. Dann beschäftigen wir uns jetzt mit dem Themenkomplex Feuerwehr. Sie hatten es angesprochen, vielleicht für alle, die es noch nicht so ganz mitbekommen haben, östlich von Ernsthofen an der Kreisstraße nach Asbach ist ein Standort ausgesucht werden, wo der neue Stützpunkt dann Feuerwehr Modautal Nord auch gebaut werden soll. Die nördlichen Ortsteile von Modautal, und zwar sechs Stück an der Zahl, Asbach, Ernsthofen, Neutsch, Klein-Biberau-Webern und Herrchenrode sollen dann über diesen einen Stützpunkt versorgt werden. Wie groß ist Ihre Sorge, dass durch die zentrale Feuerwehr die Mitglieder aus den einzelnen Ortsteilwehren verloren werden? Also ich habe eigentlich, oder ich habe keine Sorge bei der Einsatzabteilung, dass wir da wirklich viele Einsatzkräfte verlieren. Dieses Projekt ist aus der Feuerwehr herausgewachsen. Und das muss man sehr unterscheiden zu solchen Ideen, die eine Gemeinde den Feuerwehren überstülpt. Also unsere Feuerwehren vor Ort wollen diesen Weg gehen. Und die bereiten sich schon lange auf diesen Weg vor, das heißt mit gemeinsamen Übungen. Da gibt es schon die T-Shirts mit Modautal Nord. Man trifft sich, kooperiert, macht Jugendarbeit zusammen. Und alle Jüngeren, die dabei sind, die leben das schon und sind damit, sage ich mal, oder sind da wirklich hineingewachsen. Es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, jetzt in meinem Alter mache ich diesen Schritt nicht mehr mit. Aber ich glaube, das werden die meisten auch, wenn oder Kroll tun. Und es ist ein ganz wichtiges Zukunftsprojekt, vor allem eben, damit wir auch zukünftig genügend Einsatzkräfte haben. Ja, und die Einsatzkräfte haben ja auch noch einen Nachbar, nämlich den Landkreis. Da gibt es ja auch ein überörtliches Lager. Da können Sie ja vielleicht auch mal ganz kurz noch was dazu sagen. Aber trotz Zuschüssen von Land und Kreis muss ja Modautal auch noch eine gewaltige Summe selbst stemmen. Können Sie genau sagen, wie viel das denn sein wird? Auf der heutigen Kostenberechnung reden wir über eine Größenordnung für Modautal selbst von so ungefähr 2,1 Millionen. Das ist für uns eine Riesenzumme und das muss deswegen auch gut vorbereitet sein. Und wir müssen halt auch, von ein paar Jahren wäre das noch gar nicht möglich gewesen, wir müssen halt auch entsprechend auf so eine Investition hinsparen. Und wir werden, und das ist natürlich auch klar, im Laufe der Baumaßnahme auch ständig wieder auf die Kosten schauen müssen. Das haben wir bei anderen Maßnahmen auch gemacht. Dorfgemeinschaftshaus Neutsch habe ich angesprochen. Da gab es auch an der einen oder anderen Stelle eine Teuerung und dann haben wir an der anderen Stelle wieder was weglassen müssen, weil wir unseren Kostenrahmen halten wollten und das ist uns auch gelungen. Sind dafür die Rücklagen, die Sie vorhin angesprochen haben? Die Rücklagen sind mit Sicherheit auch für dieses Feuerwehrhaus, aber eben auch für weitere Investitionen. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir jedes Jahr im Haushalt einen entsprechenden Überschuss erwirtschaften, um eben Investitionen tätigen zu können und gleichzeitig Schulden abzubauen. Die Feuerwehr Modautal Nord betrifft die sechs nördlichen Ortsteile, aber wir haben ja noch Allertshofen, Hockshol, wir haben ja noch Lützelbach, Neunkirchen und Brandau. Wie nehmen denn dort die Ortsteilwehren die Entwicklung im Norden der Gemeinde wahr? Stehen die dem positiv gegenüber oder wie ist da die Haltung? Also dort verfolgt man diesen Prozess natürlich sehr genau. Wir haben grundsätzlich im südlichen Modautal eine etwas andere Ausgangslage, weil dort sind die Feuerwehrgerätehäuser in einem baulich einfach besseren Zustand als im nördlichen Teil. Natürlich wird da genau hingeschaut, was hat die Gemeinde dort vor, was wird gemacht, werden sich die Feuerwehren auch im nördlichen Modautal mit ehrenamtlicher Leistung in Bau einbringen, wie das viele andere gemacht haben oder unterstützen sie eventuell auch an einer anderen Stelle wieder finanziell. Da schaut man schon gegenseitig drauf, was gemacht wird, aber ich glaube, auf Modautal-Ebene wird das von der Feuerwehr insgesamt unterstützt. Und vielleicht daran anknüpfend, zwar keine Vision für 2050, aber vielleicht für 2030, gibt es auch schon erste Überlegungen im Süden auch einen zentralen Stützpunkt vielleicht dann einzurichten? Die Überlegungen, die haben wir nicht. Wie gesagt, ich glaube, so etwas muss auch wirklich aus der Feuerwehr herauskommen. Wenn so etwas nicht gewollt ist in der Feuerwehr, dann verliert man die Einsatzkräfte. Aber eins muss man vielleicht noch ergänzen. Am Tag, heute, wenn ein Einsatz in Modautal ist, dann haben wir zwei Treffpunkte schon seit vielen Jahren. Am Tag sind viele Leute einfach hier in Darmstadt, in Frankfurt, im Ballungsraum, irgendwo auf der Arbeit und sind eben nicht zu Hause. Und am Tag haben alle Feuerwehren ein Problem, immer die Einsatzstärke sicherzustellen. Und da geht man bei uns schon viele Jahre einen sehr, sehr guten Weg. Es gibt zwei Treffpunkte, das ist Brandau und das ist Ernsthofen. Und da gibt es zwei Tages-Einsatz-Schleifen. Und so können wir auch am Tag immer sicherstellen, eine Größenordnung von einer Gruppe, also mindestens neun Mann an jedem Standort, dass die zusammenkommen. Und da gibt es natürlich eben auch schon die Zusammenarbeit. Man schaut über den Tellerrand des Ortes drüber hinweg und kooperiert gemeinsam. Ja, das Stichwort Schauen ist ein gutes. Wir wechseln das Thema und kommen zum Tourismus. Modautal ist schön, also wirklich malerisch, Neunkirchen die höchste Erhebung. Da zieht es ja dann an Wochenenden oder im Winter, wenn es geschneit hat. Und da schneit es ja ziemlich häufiger als im Rest des Landkreises, zieht es viele Leute hin. Dennoch, der Tourismus kommt nicht so richtig in den Gang. Woran könnte das denn liegen, was läuft da schief? Also bei uns in Modautal, wenn man die Gemeinde anschaut, haben wir eigentlich sehr positive Entwicklungen. Das kann man an verschiedenen Dingen festmachen. Wenn man sich die Übernachtungszahlen mal anschaut, vor zehn, zwölf Jahren, wie das ausgesehen hat und wie es heute aussieht, dann haben wir da eine deutliche Steigerung. Aber Übernachtungszahlen ist nicht alles, sondern es geht auch um den Tagestourismus. Den haben wir. Da gehen viele Menschen, die zu uns kommen, in die Gaststätten. Das ist wichtig. Man muss auch noch andere Felder sehen. Man muss die Wanderer sehen. Man muss die Mountainbiker sehen. Die Reiter spielen im Modautal auch eine große Rolle. Viele Menschen haben in der Gemeinde Pferde stehen, kommen täglich oder mehrmals in der Woche in die Gemeinde, lassen auch Geld in der Gemeinde. Das kommt zwar der Gemeinde selbst nicht direkt zugute, aber ist natürlich für Arbeitsplätze gut. Nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen recht, dass das noch besser sein könnte. Und da ist natürlich ein Problem, dass wir hier im Odenwald mehrere Landkreise haben, mehrere Bundesländer. Und dass diese Vermarktung für eine Region wie den Odenwald, die überregionale Vermarktung, die muss noch besser werden. Und ich glaube, da haben wir einfach noch ein sehr, sehr großes Potenzial in der gesamten Region. Auch wenn wir bei uns doch, denke ich, sehr positive Entwicklungen haben. Steht jetzt aber nicht auf Ihrer Agenda ganz oben, das Thema, oder? Das Thema steht schon auf meiner Agenda. Und ich habe da auch Zeit investiert. Auch über die Gemeinde hinaus versuche ich mich als zweiter Vorsitzender im Gesamt-Odenwald-Club zu engagieren. Im Geo-Naturpark, der hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Und den Touristik-Service Odenwald auch. Das kostet Zeit, das kostet Kraft, da sind sehr, sehr dicke Bretter manchmal zu bohren. Aber ich glaube einfach, dass das Ziel, hier die Region besser zu vermarkten, auch das für dieses Ziel, dieser Einsatz, gerechtfertigt ist. Schauen wir zum Ende unseres Live-Talks nochmal voraus auf Sonntag, auf den Tag der Wahl. Ich glaube, von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Sie sind der einzige Kandidat am Sonntag und ja, es gibt natürlich eine Wahl zwischen Ja und Nein. Wie lautet Ihr Ziel für Sonntag? Ich habe es ja schon mal im Interview gesagt, ich würde mir natürlich wünschen, wenn wir vielleicht eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent hätten. Ich weiß natürlich, dass das ein sehr ambitioniertes Ziel ist, da ich mir auch angeschaut habe, wie die Wahlbeteiligung ansonsten hier im Landkreis ausgesehen hat, wenn es nur einen Kandidat gab und da hat es sich meistens in dem Bereich um die 30 Prozent oder es war zumindest eine 3 davor abgespielt. Ich kämpfe bis zum letzten Tag auch noch für eine ordentliche Wahlbeteiligung. Das ist auch mein Ziel. Am Ende will ich natürlich die Mehrheit der Ja-Stimmen haben, weil ich gern die Aufgabe als Bürgermeister von Modertal auch die nächsten sechs Jahre ausfüllen würde. Und ich werde wie in der letzten Woche auch noch bis zum Wahltag Hausbesuche machen, werde Menschen ansprechen, werde ihnen sagen, dass sie bitte auch zur Wahl gehen. Auch wenn viele sagen, du machst das ja weiter, dann sage ich, nein, bitte geht erst mal zur Wahl, unterstützt mich an dieser Stelle auch. Und wir sollten gemeinsam Interesse haben, auch an einer ordentlichen Wahlbeteiligung. Es wäre ja Ihre dritte oder es ist dann Ihre dritte, ich sage das jetzt einfach mal so, es ist dann Ihre dritte Amtszeit. Jetzt hat der Karl Hartmann in Rheinheim gerade aufgehört, nach 34 Jahren, mitten in seiner sechsten Amtszeit. Jetzt frage ich den Jörg Lautenschläger mal, ob er sich das auch vorstellen kann in Modertal. Ganz so weit will ich nicht blicken, da muss man immer gesund bleiben, um das eben auch zu machen. Mir macht die Aufgabe in Modertal trotz der manchmal auch schwierigen Bedingungen viel, viel Spaß. Und ich finde es einen tollen Beruf, Bürgermeister in Modertal sein zu dürfen, in meiner Heimatgemeinde. Und ich habe einen riesen Respekt vor der Leistung eines Karl Hartmanns, der das so viele Jahre dieses Amt begleitet hat. Und das immer mit Feuer und mit Engagement. Und wenn man mal so zwölf Jahre Bürgermeister ist, dann kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist, wenn jemand über 30 Jahre dieses Amt begleitet und dass das auch dann viel Kraft kostet. Hand aufs Herz, wenn man so lange Bürgermeister ist, wie Sie es schon sind, oder in Rheinheim, wo es noch viel länger der Fall ist, ist, besteht da nicht die Gefahr, dass man irgendwann betriebsblind wird? Also ich bin sehr daran interessiert, immer wieder unsere Gemeinde auch mit anderen Gemeinden zu vergleichen. Ich halte das für ganz wichtig, einfach zu schauen und auch immer wieder zu fragen, wie macht ihr das? Das ist für mich, wenn ich auch einen neuen Kollegen von irgendwo kennenlerne, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Man muss dann seine eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen, aber ich halte das für wichtig. Und dann gibt es natürlich auch immer noch Instanzen, die uns prüfen, die Vergleiche zwischen den Gemeinden machen, wie in diesem Jahr der Landesrechnungshof. Und wir haben da ja, denke ich, sehr, sehr gut abgeschnitten in der Prüfung des Landesrechnungshofs. Aber auch da ist es einfach interessant zu sehen, wie machen das andere. Behalten Sie mal ganz kurz die Hand auf dem Herz, Herr Laudenschläger. Jetzt frage ich Sie mal, Sie sind ja noch jung, das kann man ja sagen. Und wenn wir jetzt in sechs Jahren jemanden kämen, wir nennen ihn mal Manfred Penz, und er würde Sie fragen, ob der Jörg Laudenschläger sich eine Kandidatur für den Landtag vorstellen könnte, würde der Jörg Laudenschläger dann vielleicht in sechs Jahren sagen, ja, könnte ich darüber nachdenken, oder ist ein Motortal so zufrieden, dass er eher so ein zweiter Karl Hartmann werden möchte für den Motortal? Also ich habe schon mal bei meiner ersten Amtszeit oder vor meiner ersten Amtszeit gesagt, dass ich in Motortal Bürgermeister sein will. Und es ist auch nicht so, dass man in den letzten zwölf Jahren nicht auch von anderer Seite irgendwo angesprochen wurde. Aber mich erfüllt diese Aufgabe und das ist mir wichtig und ist mir ein Anliegen. Und wir haben einfach auch in Motortal noch einen weiten Weg zu gehen. Wir haben über Investitionen gesprochen, wir haben über Schulden gesprochen. Und es wäre schön, hier weiter in Motortal Bürgermeister sein zu können, zu investieren und eben dann auch jemandem mal später neue Spielräume übergeben zu können, die wir eben auch durch den Schuldenabbau gewonnen haben. Also ich bin dann an der Stelle, sage ich auch, näher am Karl Hartmann. Und zum Schluss noch die Frage, wo werden Sie den Wahlausgang verfolgen am Sonntag? Und falls Sie denn dann doch gewinnen sollten und mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen haben sollten, wie feiern Sie? Also erst mal sind natürlich alle Bürgerinnen und Bürger auch eingeladen, in die Hofreite des Rathauses zu kommen. Dort werden wir die Ergebnisse live übertragen, so wie sie eingehen. Dort bin ich natürlich zu allererst mal und schaue dann, wenn die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken eingehen. Ja, danach wird es in meinem Heimatort in Herrschenrode, in der Gaststätte von Stein, da wird es eine Wahlnachlese geben. Und ich denke, das wird so irgendwo ab 19 Uhr, 19.30 Uhr sein. Dann müsste man eigentlich alles ausgezählt haben. Dann werde ich in Herrschenrode sein. Und da sind natürlich auch alle Freunde und Unterstützer eingeladen, dort hinzukommen und den Ausgang der Wahl mit mir zu analysieren und hoffentlich auch zu feiern. Ja, vielen Dank. Jetzt ist es doch passiert. Wir haben eine Frage reinbekommen live von einem Sebastian Philipp. Ich hoffe, wir kennen uns nicht, lieber Herr Philipp. Kommuniziert Modatal ausreichend die Tatsache, dass Grundstücke in Ortsteilen noch vergleichsweise günstig sind und damit auch für junge Familien finanzierbar? Ich denke, das machen wir. Wir werben natürlich immer um junge Familien auch. Und dass das uns gelungen ist, das kann man vielleicht auch an der Stelle nochmal erwähnen. Und es wurde, als ich angefangen habe, vorausgesagt, dass unsere Einwohnerzahl deutlich zurückgehen wird. Wir hatten damals 4.950 Einwohner und sollten bis heute ungefähr 200 Einwohner verlieren. Heute sind wir 100 mehr und das haben wir geschafft durch Zuzug. Also wir sind eine Zuzugsgemeinde, was allerdings für uns immer wieder ein Problem ist, dass es eigentlich in den Ortskernen ausreichend Bauplätze gibt. Allerdings verkauft natürlich heute nicht jeder seinen Bauplatz. Da man für das Geld, das man auf dem Konto liegen hat, quasi keine Zinsen bekommt. Und wir können natürlich nicht frei, wie wir wollen, auch immer weitere Baugebiete ausweisen. Wir versuchen das natürlich. Da steht jetzt auch wieder ein Baugebiet auch in Brandau an und versuchen da eben dann auch junge Familien für Modatal zu gewinnen. Wir haben sehr unterschiedliche Preise, Bodenrichtwerte in Modatal. Das ist aber auch wieder natürlich unseren elf Orten geschuldet. Wer das interessiert, der kann natürlich auch immer auf unsere Homepage der Gemeinde schauen. Dort werden die Bodenrichtwerte veröffentlicht. Und da sieht man dann, was der Durchschnittswert normalerweise in einem Ortsteil ist. Gut, prima. Vielen Dank. Dann wären wir am Ende angekommen von unserem Elcho Live Talk. Wir bedanken uns beim Herrn Lautenschläger, dass er da war, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich gebe noch ein kurzes Summary. Da muss ich jetzt leider auch einen SPD-Politiker zitieren. Der Herr Lautenschläger ist von der CDU, ihr werdet es mir aber nachsehen. Wenn Sie Visionen haben, gehen Sie zum Arzt, hat der Helmut Schmidt mal gesagt. Und ich glaube, dem kann der Herr Lautenschläger voll und ganz zustimmen. Wenn ich jetzt im Laufe der Debatte richtig verstanden habe, wird er das Machbare im Auge behalten, in Modatal bleiben und weiterhin dafür sorgen wollen, dass sich die Gemeinde nach und nach weiterentwickelt. So, prima. Wenn es zu schnell gegangen ist jetzt, der kann das Ganze am Donnerstag nochmal in der Zeitung nachlesen. Aber auch das komplette Video vom Live Talk wird nochmal online stehen. Ihr könnt das dann über einen Link, der im Artikel bei echo-online.de sein wird, finden oder eben auf unserer Facebook-Seite. Ja, dann bedanken wir uns und wünschen euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschau. So, und die Einschaltquote?